Zur Saison rund um die Semikolöffnung Die neue Saison kann kommen. Eine Woche vor dem Start in die zweite Bundesliga beeindruckt der Hamburger SV bei einem Testspiel gegen Monaco. Die Hans-Hiten siegen mit 3 Doppelpunkt 1. Der Hamburger SV ist eine Woche vor Beginn der zweite Fußball-Bundesliga in Form. Der Bundesliga-Absteige besiegte am Samstag bei seiner offiziellen Saisoneröffnung im Volksparkstadion den französischen Estligisten Esmonico mit 3 Doppelpunkt 1, 2 Doppelpunkt 0. Für den HSV war es der letzte Härte-Test vor dem Liga-Eröffnungsspiel am nächsten Freitag gegen Holstein Kiel. 25.502 Zuschauer sahen zwei Treffer von Neuverpflichtung Khaled Nari, 29.43 Minute, und ein Tor von Pierre-Michel Lasucka, 73. Besonders sehenswert war das 1 Doppelpunkt 0 durch Nari, ein gekundter 18-Meter-Schuss. Unhaltbar für Monaco Schlussmann die Gubinaglio. Für Monaco traf Ronny Lopez, 47. Die Hamburger waren das spielbestimmende Team, hielten den Ball in den eigenen Reihen und erspielten sich einige Chancen. Ihnen kam allerdings entgegen, dass der französische Wissmeister in der ersten Halbzeit verhalten agierte. Die Gäste, die derzeit ein Trainingslager im niedersächsischen Hasewinkel absolvieren, waren schon in den Testspielen zuvor ohne Sieg geblieben. Dem SC Paderborn unterlag Monaco 2.3, beim VfL Bochum gab es ein 2.2. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team